Und die Zielflagge ist draußen. Das Rennen ist so gut wie gelaufen. Bereit? Bereit. Peking! Drücken! Oh, okay. Ich hoffe bloß, dass das auch funktioniert. Und wie das funktioniert. Oh, oh, das ist ja wirklich ungewöhnlich. Okay, Helikopter. Sturzflug! Und jetzt Schwanzwedeln. Fast geschafft. Fast geschafft. Bingo! Sieger mit einer Schnabel-Legge Vorsprung ist Peking Duckling. Was? Peking Duckling hat gewonnen? Das war nicht der Plan bei der Sache. Du hast gewonnen, Peking. Du hast gewonnen. Nein, wir haben gewonnen. Diesen Pokal teile ich mit meinen beiden Freunden. Aber ich darf ihn zuerst hochhalten. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Peking Duckling. Oh, ich heiße nicht Peking Duckling. Ich heiße Peking Duckling. Wirklich sehr witzig. Aber ich will nicht, dass wir beide Ärger haben, Greg. Deshalb habe ich einen kleinen Preis für dich. Oh, wirklich. Und was für einen? Deine Wäsche. Alles sauber. Na, danke. Lächle doch mal, Peking. Die Ente ist echt in Ordnung. Lächle. Oh, das ist der allerschönste Tag meines Lebens. Lächle. Ja, cool. Ja, cool. Untertitelung des ZDF, 2020